Hey, hallo, schön, dass du mit eingeschalten hast. Der Spike wieder hier zu einem neuen Informationsvideo. Und zwar möchte ich euch nur wissen lassen, dass heute der 19. September, ist ein Freitag, ab 20 Uhr wieder gestreamt wird bei mir auf dem Kanal. Und zwar werden wir wieder die Elder Scrolls online streamen und diesmal endlich mein schnelleres Internet ist da und die Qualität ist dann 720p und ich freue mich riesig, weil der Stream jetzt super toll flüssig läuft und alles. Und ja, wieder mal eine Runde Elder Scrolls online mit euch zu streamen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr reinschauen würdet und dann sehen wir uns heute Abend. Also bis dahin, ciao, macht's gut, alles, bye.